Ok, willkommen zurück zu Star Wars und wir sind gerade an der Schmiedszeitung hier und ich hoffe, dass ihr diesmal dabei seid was ihr auch bestimmt seid, wenn ihr guckt und na, Schnürchen, was willst du, du kleiner Hammerweil du Hammerweil, du bist so mein Klon na, du bist so viel ja, sind wir da ja, ach egal ja, im letzten Jahr hab ich hier eingefallen ja, mach ich nicht, und da steh auch du wechselst oh ne, nicht mehr, das scheiß so war glückstern, nur noch so an das meine Freunde nur, ne gut ich finde meine Freunde aber egal joo die Zweifel in Teilen sind noch? ja, das ist mir richtig platt ja ja ich bin ja ich bin ja 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 aber nicht nur offen wenn man sich freilich wenn man sich da das Leben noch ab da an da kommt schon mal klar ich bin ich bin ja doch da oben wenn man ja noch ja ja ich dachte ich weiß was davor hat Danke für die rechtseitige Warnung. Juno, ich bin an einer interialen Landebasis angelangt. Könnt ihr die Hangartür überbrücken? Ich versuche, aber es könnte einen Augenblick dauern. Lass euch Zeit, mir wird hier schon nicht langweilig werden. Ja. Ja, aber... Ich sage, du wichst da. Das ist ja irgendwo ein bisschen von uns herumverteilt. Ich habe jetzt gar nichts genommen. Also, nur zur Info, da ist doch gleich ein FFG. Das ist auch bei der Zone, die die Tür aufgeht. Ja. Ja. Was weiß ich, Scheiße. Das ist jetzt nicht einfach. Warum hittet mir keiner? Warum nur? Warum hittet mir keiner? Ah! Oh! Oh! Juhu! Schadengestalter ist geil! Ja! Ja! Ich weiß nicht, ich bin fast. Nein! Nein! Schadengestalter ist alle! Nein! Nein! Schadengestalter ist alle! Nein! Ja! 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 Na! Ja! Na! Ja! Oh. Ja, ich habe mich noch passiert! Ja! Ja! Ich bin so, es war einfach... die durch ja hier ja ja ein und auch und 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 auch ja ja natürlich nicht ja ich möchte ich bin ich habe ich habe die die ja 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 doch ja woher die und die um Prozent er wird die ja 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 okay sie springen einfach schmerzen beide Brüder noch mehr Offenbar ich weiß, dass sie die Zeit hat gerade die Ente den sind die gerade noch auf den Pfarrstuhl da Oh ja, ich weiß. Oh nee, ich darf... Dieser Fangstrahl sorgt dafür, dass die Kanone richtig ausgerichtet bleibt. Wenn ihr ihn stört, wird vielleicht das Angriff der Anlage beeinflusst. Ah, ja. Vielleicht weiß ich nicht, was man hier machen will. Ja, ich auch. Und dann das Ding da zerstören. Ich sag, ja, muss ja irgendwie jetzt so... ...bringe die andere Anlage vor. Ja, ich war jetzt bestimmt nicht wie ich da. Ist da unten noch zu hin? Nein. Ja, weiß ich nicht. Wir müssen die Tür aufmachen. Oder oben fahren. Und dann kommt nicht durch hin. Ah, ja, das Läser auch schon. Oh, ich kann immer aufschalten. Ja, das war immer nicht so ein Ding da jetzt. Oder wo, dass du alle Läser aufschalten kannst. Ja, ich weiß. Boah. Ja, da bist du überhaupt voll reingegangen. Hier bist du reingekommen. Boah. Ich weiß, dass man jetzt nicht mal zurückgehen kann. Aha. Ja. Kraken. Ja. Ja. Es gibt ein weiteres photography. Ja. Ein davonfach, die tą zu Enter просто teilen würde, war das draufkommt. Aber jetzt halt die Penny, die nur 1er reagiert ist. Ach, das mache jetzt rein. Da geht dieremλα, die pouvez-die Bengler als obfakt, ach, diese gehen. Ich müsste nur mal runter. Ugh. Nee, dann 5000 zu nicht. Ja, das stimmt. � Aldкое ja tun wird jetzt dann schon시ker ist. bei den jetzt von nicht aber ja, der wird ja eh reingekommen ja, das möchte ich jetzt noch mal fallen ja, ich weiß, dass der ja feigling und ich lebe den auf und ich lebe den auf ich lebe den mann schnell wieder ja und dann ja und ja 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 ich ich verstellbar und Wie da sind wir auf dem Rudolf aufgestiegen da sind wir aufgestiegen wir kriegen nur wieder Machtpunkte verdienen